herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen unboxing ich habe bei eminel bestellt und ich möchte euch gerne zeigen was ich bestellt habe was es kostet und warum ich es bestellt habe ja ich habe bei eminel bestellt einfach mal um zu sehen wie ist der shop aufgebaut welche produkte gibt es überhaupt kann man den sparen und ich bin wirklich komplett überrascht gewesen ich weiß nicht ob man es mir immer noch anhört denn ich habe gleich doppelt gespart die leute die eminel noch nicht kennen ich habe zwei bits in den warenkorb gepackt und konnte mir dann ein goodie ein kostenloses geschenk raussuchen und dann habe ich mich einfach spontan für eine handcreme entschieden das ist die encore bei eminel miracles handcreme und das sind ganze 75 milliliter drin wie die ist werde ich noch testen die ist noch original zu aber handcreme geht immer deswegen habe ich mir die geschnappt ja die anderen drei schätze werde ich euch jetzt mal kurz zeigen zum einen möchte ich den polier mit fein ausprobieren und war erst mal komplett sprachlos weil der größer ist als mein daumen ich habe im moment acryl drauf und ich würde gerne ausprobieren in welcher geschwindigkeit ist es mir am angenehmsten mit dem polier mit zu arbeiten wie schnell funktioniert es ist der glanz ausreichend ja das möchte ich definitiv austesten dieser bit hat gekostet 4 euro 90 und hat die artikelnummer 98211 der zweite bit den ich unbedingt haben wollte ist der keramik bit fein und keramik bis hatte ich schon aber eben in einer anderen form und ich stelle euch jetzt extra mal größer um euch zu zeigen wie fein der ist also es wirklich extrem fein mit diesem bearbeite ich natürlich alles von gel acryl fieberglas alles was geht zum abtragen zum formen und vor allem wenn ich dann einen krallen nagel nachfülle und den sommer mal jetzt so hoch auf modelliere um dann hier wieder auszudünnen deswegen brauchte ich den wieder ich hatte vorher wirklich nur einen schmalen und ich bin einfach ein birnen kind was die bits angeht den werde ich natürlich auch für euch testen und mit dem hier habe ich geliebäugelt auf der messe und hab den vergessen der rainbow bit pink in fein richtig schön auch der ist extrem fein ich mache euch wieder größer also nicht euch sondern den bit der soll durchgehen durch das material wie durch butter wie ein heißes messer durch butter auch das werde ich sehr gerne für euch testen werde euch auch mal zu einer modellage zum abtragen mitnehmen und dann werden wir einfach schauen ob das prädikat stimmt auf jeden fall habe ich noch mehr gespart ich habe dann als ich die drei bits drin hatte im warenkorb noch mal 15 euro abgezogen bekommen jetzt zeige ich euch die rechnung meine daten sind abgeklemmt die die handcreme das auch noch mal die artikelnummer mit drin dann hier sind diese bits eingetragen und ich habe sogar versandkostenfrei 47 euro 75 bezahlt anstelle 67 euro ein paar zerquetschte also ich bin wirklich sprachlos es lohnt sich wirklich immer die komplette seite von eminale durchzuschauen ich werde bestimmt noch mal bestellen werde mir dann noch was anderes zum testen kaufen auf jeden fall würde ich mich über eure kommentare freuen wer hat denn schon von euch bei eminale eingekauft was habt ihr euch besorgt und wie zufrieden seid ihr ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende da ja 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 ja